Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Im World of Goo, Little Miss World of Goo Level steht das letzte Level an. Genetic Sorting Machine, also genetische Sortiermaschine. Das ist doch genau was. Einige Bälle sind hübscher als andere. Okay. Okay, Wot. Die hängen da erstmal. Da hängen sie gut. Und diese Orangenen müssen anscheinend links rein und die Rosanen rechts rein. Achtung. Die schlafen. Der letzte der Goo-Bälle scheint es nicht bemerkt zu haben. Sie waren in einer Art von gigantischer Schönheits-Pagant-Machine. Keine Ahnung. Schöne darüber, hässliche hier rüber. Ich denke persönlich, jeder ist hübsch. Hauptsächlich ich. Der umwerfende Schildermaler. Ja, denn... Wot, 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 wot. Okay. So. Aber wie um Himmels Willen soll ich die denn jetzt auseinander sortieren? Ah. Es muss einen Weg geben, um diese Grube zu überwinden. Vielleicht, wenn du sie mit den zerstückelten Teilen leerer füllst, die weniger glücklich waren als du, Schildermaler. Also ist das, was ich hier gerade mache, genau richtig. Ich fülle diese... Steht hier. Es ist fast Winter und da ist Elektrizität in der Luft. Es ist nicht klar, ob es die Aufregung ist oder... Oder weil die Energiequelle sehr nahe ist. Schildermaler. Also tatsächlich erstmal die... Weil das nicht so schlimm ist... Nein. Ist ja nun völlig quatsch hier. Nee. Nee, nee, nee. Du musst da rüber. Ja, nee. Ah, da... Oh. Rüber! Alles klar. Gut. Zu wissen. Sie werden einfach nicht angenommen. Also los. Rüber da. Du. Rüber. Räufer. Ich sag Räufer da. Genau. Schlunk. Tschüss. Ist die Ruhe schon voll? Nein. Nee, ich muss tatsächlich den letzten auch noch da reinkriegen. Was jetzt nicht so wild ist, wo ich weiß, wie die Maschine funktioniert. Ich kann nämlich einfach den jetzt, also diesen April-Farben hier, entweder hier hoch schubsen und da rüber schubsen. Zack. Ja, wird er schon angesogen? Natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach. Nochmal ein Stabilisateur rein. Hier auch nochmal ein Stabilisateur rein. Und jetzt hoch mit dir. Ja. Jetzt müsste die Grube aber auch voll sein, denke ich. Achso, die Augen zerploppen direkt. Aber auch nicht. So. Du bleibst da. Ich muss das Ding nicht jetzt da rüber kriegen. Klunk, klunk, klunk. Klunk, klunk, klunk. Und einen, der es hoch schießt. Machen die jetzt wenigstens auf, wenn da was drauf fällt. Ja. So. Rüber gerollt. Jetzt sind die wach. Jetzt kann ich das auch aufmachen. Und kalengel. Schalengel. Schaloo. Und kaputt bist du. 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 Geht das hier noch weiter. Boah. Es findet ja gar kein Ende hier. Punkt, Punkt, Punkt. Super Kommentar. Sie ist so wunderschön. Ich meine... Ähm... Ich bin froh, dass das hier nicht High-Dev oder sowas ist. Sie sieht fantastisch aus. Für etwas, das hunderte von Jahren alt ist. Aber wer ist sie? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Der Schildermaler. Na gut, jetzt ist ja relativ... Huch! Eindeutig, was hier zu tun ist. Hier, du auch. Jawoll. Na, kommt. Drei Stück. Ein, zwei, drei. Hervorragend. Zwischensequenz. Der letzte der Gugubelle hat entdeckt. Die große Frauendings war ein lebender elektrischer Generator. Und dass Schönheit eine sehr hochreaktive Flüssigkeit ist. So wie Benzin. Oder Terpentine. Für Jahre ihre Schönheit wird ihre Schönheit die ganze Welt befeuern. Aber sie wurde älter, so wie die Welt. Und als ihre Schönheit ausgetrocknet war, war es auch mit elektrischer Energie vorbei. Bis heute Nacht. Mit wunderbaren neuen kosmetischen Eingriffsmöglichkeiten und Raw Beauty Product Injected. Ich lese nicht weiter vor. Ich versuche es nicht. Lest selber. Mit jugendlicher Energie. Schön. Fabrik eröffnet im Süden. Oh, warte. Ich habe eine Idee. Wahrscheinlich werde ich gleich in dieser Fabrik spielen dürfen. Katschumpt. Da ist die Fabrik. Cog in the Machine. Sehr schön. Aber das ist ein Thema für eine neue Folge. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Zockt viel. Zockt schön. Und tschüss. 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 Tschüss.